was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fette in folge von resident evil 3 den remake danke auf jeden fall für den support der letzten folge und ich würde sagen gehen wir jetzt direkt los auf jeden fall sehr sehr nett von euch dass sie dem projekt auch weiterhin zu stimmen und zuschauen Die sind auch schon fast wieder komplett voll. Die Minengranaten, Entschuldigung. Okay. Das kann man denn mal weg tun, wie hier? Warum ist da ein Myp-Zeichen? Heißt das, ich brauche es nicht mehr? Oder die sind defekt? Oh, weiß es nicht. Oh. Nice. Nice, der Scheiß. So. Den Zauber mal. Wo uns jetzt der Weg hinführt. So. 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 er darf nachreden und er wahrscheinlich auch der andere hat ja nicht mehr gezockt nachdem wir auf ihn geschossen haben die leute ach ja stirb War hartnäckig. Er wollte noch mehr. Wollte einen Zuschlag. Ganz kostenfrei. Der Kreatur entkommen. Nichts leichter als das. Steht, als wäre es das leichteste in der Welt, Nermittes zu entkommen. Klar. Ja, aber ich glaube, ein Zombie braucht ja auch nicht wirklich atmen, ne? Carlos, melde dich. Ja, was ist? Vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Sie sind alle tot. Mikhail, sie alle. Ach, scheiße. Oh, oh. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Alles klar. Alles klar. Lauf doch. Jo. Wollt. Warum nicht? Komm schon! Warum crash ich scheiß Kopfnuss? Ich habe keine Granate. Ich habe mal gedrückt. Okay. Gibt es eine Munition? Bräuser Bräuser Okay, okay, okay. Er dreht wieder am Rad. Okay. Ich habe keine Ahnung. 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 Das muss man nicht ausrichten. Musik Das war's für heute. da steht dann nicht aus den schaden machen dann ist super ein so farb ist noch Ach Gott sei Dank. Ich hab doch R1 gedrückt. Okay wir haben es doch geschafft. Wir sind fast komplett leer mit allem. Aber es war heftig, dieser Feig der war echt so heftig. Um nicht zu sagen, dass der heftig war. Der hat aber richtig geschluckt. Der war ja Schluckmeister sein Vater. Ich dachte, dass wir Nemesis, aber das war es ja nicht. So. Das war wirklich schlimm. Es lebt noch. Oh mein Gott. Es wächst einfach neu. Da war Gift drin. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan. Du hast mir einen Gefallen getan. Du hast mir einen Gefallen getan. Okay. Ich bringe sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch. Das war schon. Okay. Ich bin so wohl mal gespannt. Ich bin so wohl mal gespannt. Was wirst du? Hä? Ich hole dir diesen Impfstoff. Du wirst schon wieder. Versprochen. Okay, hätte er sein können. Mal klicken. Mal klicken. Der ist noch lange. Dann. Und mal klicken. Und mal klicken. Ich bin so. abo da und aktiviert die glocke um nix mehr zu verpassen mich dahin hau dran